Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen Louis und ich zusammen Minis vs. Giant. In diesem Spiel muss man sich als Zwerg auf einer riesigen Map verstecken, um nicht vom Riesen gefunden und zermalmt zu werden. Wenn der Riese alle Minis zerquetscht hat, hat er gewonnen, aber falls nur ein Mini es schafft, bis zum Ende der Runde zu überleben, dann gewinnen die Minis. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Du siehst so traurig aus. Warum seh ich traurig aus? Ich bin glücklich, ich lächle. Dir auch. Ja, du siehst so zufrieden aus. Weil du umarmt wirst. Ja, ich bin immer glücklich. Hallo. Hey, wie hast du das gemacht? Ich hab ein anderes Outfit angezogen. Oh, ich weiß auch. In Romlox. Warum hast du solche Skins? Ich hab ihn lange gesucht und ich hab's nicht hinbekommen, dass der Kopf groß genug wird für dieses Outfit. Aber ich seh ihn so aus. Das seh auch gut aus. Ja, aber wann geht's los? Komm, wir gehen einfach die Obby spielen. Ich sterbe die ganze Zeit. Louis, soll ich auf dich warten? Ja. Okay, ich warte auf dich, kleiner Mann. Wow, was soll ich machen? Einfach runtersprengen. Es sieht komisch aus, aber einfach gerade... Siehst du, da ist ein Boden. Es geht weiter. Was wollen die hier von mir? Einfach hochklettern. Hallo? Geht nicht. Bist du etwa kein Roblox-Mensch? Es geht nicht. Ich wünschte, es gäbe Checkpoints, weil dann würde ich versuchen, hier an der Wand langzulaufen. Da ist ja so ein kleiner Stripe. Aber ich weiß nicht, ob der Collisions hat. Oh, nee. Wann beginnt das Spiel? Es beginnt nicht. Ich weiß noch nicht, warum. Win game, please. Okay, ich suche einen anderen Server raus. Oh, es geht los. Spaß. Warum sollte ich Geld ausgeben, um Giant zu werden? Ja, wer will ein Giant werden, hä? Aber wann geht's los? Oh, komm schnell, komm schnell. Zwölf Sekunden. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Oh, Mapvote. Oh, du hast es noch rechtzeitig geschafft. Ey, was? Warum bin ich Riese? Ha, ha, ha. Ich will kein Riese sein. Oh Gott, ich hab jetzt auch kein gutes Outfit. Luis, du würdest mir nie etwas tun, ja? Oh Gott. Sehe da, Leute. Oh Gott, oh Gott. Oh, du kannst mich nicht sehen. Will das hier nicht sein? Du siehst so schlimm aus. Das ist also... Ich hab ihn doch gefangen. Wie soll ich ihn denn... Ne, du musst ihn töten. Du kannst Sachen auf sie werfen. Ja, das ist ja voll unfair. Das ist ja... Hier können die andauernd hinfaire. Ich werf's doch auf ihn. Es geht nicht. Aha, du bist ein Riese. Hey, ich treff die doch. Ich hör sogar den Schlagsang. Ich hör sogar an Schlagsang. Ja, du musst aber treffen. Oh, du bist auf jemanden raufgetrampelt. Wie fühlt es sich an, ein Riese zu sein? Ich werf's doch auf ihn. Ich versteh's nicht. Oh. Wo ist das? Ah! Machst du das? Ja. Achso. Man konnte nicht dahinter laufen. Das Ding war solid. Das war ein Block. Muss man sich bewegen? Oder warum laufen die? Ne, man muss sich nicht bewegen. Aber es gibt irgendwie... Also, ich hab keinen Ort gefunden, der nach einem guten Versteck aussah. Ich hab gewonnen. Ja. Au. Oh, ich bin für die Map. Nein, ich bin für die Map. Nein, ich bin für die Map. Keiner hat mein Outfit gesehen. Jetzt kann ich mich verstecken. Oh, ich kann nicht. Oh mein Gott, diese... Hä? Was ist denn das für ein Versteck? Hä? Hier ist es nicht möglich, mich zu finden. Ich bin in einer Kiste drin. Ich glaub, das war ein Fehler, dass ich hier gespawnt bin, oder? Oder meinte, das Ding kann man öffnen. Ah, ich bin gestorben. Der ist auf mich raufge... Was? Okay. Ähm. Lol. Warum machst du so viele Outfits? Keine Ahnung. Aber dieses Spiel macht irgendwas mit meinem Kopf, dass der immer eine falsche Größe und so hat. Wahrscheinlich, weil man so nach links und rechts guckt. Wir kommen vor einer Party, Anton. Mein Homie muss mich tragen. Ich glaub, dein Homie entführt dich und du bist sehr schwer. Aber sieht das so legend aus, oder? Wie aus geht? Du siehst das doch selber, hä? Ja, aber wie sieht das so für Außenstehende? Für Außenstehende sieht's aus wie ein Trottel. Lies, lass mich hier hoch. Ach, du bist einer. Und ich werd die Obby jetzt schaffen. First Try. Eben schon geschafft. Doch, musst du. Weil es ist nicht auf Aufnahme. Wie viele Wins hast du, Anton, hä? Null. Ha! Ich hab einen. Ähm, ja, vergiss es. Du hast recht, die Obby ist doof. Die spiel ich eh nicht. Die Runde kann jetzt auch ewig laufen. 40 Sekunden, weil der Riese nichts gebacken kriegt. Puh. Bin ich auch so rumgelaufen, als ich Riese war? Ja. Du sahst richtig dumm aus. Aber ich will jetzt einmal ein gutes Versteck haben. Tja, du wirst eh Riese, also selber schon. Ich werd kein Riese, ich hab 17% Chance. Ich hab 8% Chance. Ich will kein Riese werden, bitte nicht. 17%, das ist einfach. Ich nicht. Guck mal, die laufen dir voll hinterher, die lieben dein Outfit. Die alle so, lol. Hallo, mein Outfit ist auch cool. Ja, du bist ein Opfer. Aber ich bin ein Stamm. So, jetzt werd ich mich in Plainside verstecken. Ich bin versteckt. Ich bin unmöglich zu finden. Geh weg von mir. Hey. Nein, geh weg von mir. Hey, buddy. Geh weg von mir. Hey. Hey, Kollege, was geht? Nein. Na, das ist fresh, Kollege. Bitte geh da weg, bitte. Ich bin versteckt. Hey, Kollege. Hey, Bruder, was machst du da? Komm mal her, chill mal mit uns. Meinst du, er kann mich so erkennen? Ich frag mal, ob er mit uns chillen will. Oh mein Gott, ne Herdplatte, Alter. Macht ihr dir Schaden, wenn du da rüberläufst? Okay, das sieht auch nicht aus wie ne Herdplatte. Hey, Dude. Hey, Dude. Er kommt, Mann. Der große Typ. Der große Typ kommt. Hey, Dude. Dude. Er sieht mich nicht. Bitte sag, dass er mich nicht sieht. Bitte sag, dass er mich nicht sieht. Oh mein Gott, als ob. Oh mein Gott. Ich bin so versteckt. Ich bin unsichtbar. Hey, was macht der da? Dude. Dude. Weg. Alter, ich hab's noch geschafft. Aber wir haben jetzt noch eine Minute übrig. Und ich glaub, der Typ ist nicht so gut. Ich mein, guck dir an, was der da mit der Dose macht. So, hä? Was geht, Dude? Geh weg von mir, bitte. Bitte. Ah, der Riese kommt, Mann. Bitte. Bitte. Ah, als ob. Hat er mich nicht erkannt? Bitte sag, dass er mich nicht erkannt hat. Bitte. Bitte. Das ist so bedrohlich, aber ich... Bitte. Hilfe. Aber er guckt auf den Boden, oder? Ficka. Der hat mich schon so oft berührt. Ah, Dude. Geh da weg, Louis. Geh da weg. Geh, Dude. Du hast so viel Glück. Ey, wir sind die einzigen beiden, die übrig sind. Neun Sekunden. Und er muss jetzt erst mal das Ding wieder aufheben. Ja, viel Spaß, Louis. Und? Wir haben gewonnen. Wir haben beide gewonnen. Er hat das Spiel verlassen. Er hat gerade gequittet. Okay. Aber mehr Outfits habe ich leider nicht vorbereitet. Ich kann jetzt noch mal das Outfit ausprobieren. Aber, na gut. Ich habe leider auch nicht mehr vorbereitet. Aber das ist wirklich das beste Versteck, das ich je hatte. Ich werde es nie wieder schaffen, mich so gut zu verstecken. Mein Gott. Vor allem, ich habe die ganze Zeit auch noch geblinzelt. Oh Gott. Ich glaube, hier bin ich nicht gut versteckt mit dem Outfit. Nicht gucken. Mein Gott, ich habe für die Map gewochtet. Ich habe für gar keine Map gewochtet. Ich bleibe einfach hier stehen. Hier bin ich gut versteckt. Das sieht aus wie Kram, der hier stehen sollte. Aber er wird auf mich raufsteppen, oder? Oh shit. Er wird auf mich raufsteppen. Du bist ein Spielzeug. Nein. Ich bin ein Arctoy. Aber, naja, solange er da beschäftigt. Oh, er hat die Vase kaputt gemacht. Oh Gott, er steppt so auf mich rauf. Nein, Conny. Du bist ein Spielzeug. Ich bin tot. Please, 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 please. Hiding in plain sight. Der Typ ist viel zu aggressiv. Wirklich. Man sollte auch ein bisschen... Aua. Der ist einfach auf mich raufgetreten. Ja, das passiert halt. Die Map ist doof. Liegt nur an der Map. Luis, was soll ich tun? Ja, ein Gewinner-Outfit tragen wie ich. Ja, das habe ich ja vor, aber das dauert. Bitte, 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 bitte. Ich kann nichts dafür, Anton. Dieser Alien, der kann sich dein Gelaber nicht mehr an. Was für Gelaber? Sorry, Bro. Nein. Ich kann nichts dafür, Mann. Ich laufe nicht weg. Aber mein Bro hier, der kann sich dein Gelaber nicht mehr geben. Es geht ja nicht immer nur um ihn, ja? Aber er entscheidet, wo ich hingehe. Okay, wir gehen jetzt in... Ach, keine Ahnung, welche Map wir nehmen sollen. Ich bin für die Map. Die ist die beste von allen. Dynamite. Oh nein, ich habe eine 31. Giant Chance. Ich hoffe, ich werde nicht der Riese. Giant Dealer-Dusk, ha? Oh, Mann. Nein! Ich war durch das Ding durch. Ich bin durch. Das kannst du nicht machen. Meine Leiche ist auf der anderen Seite rausgeploppt. Alter, ich hole so die Kills. Kann ich irgendwie spectaten? Luis wird jetzt alles... LOL. Hä? Wow, wow, ich bin auf der Map. Was? Ich bin auf der Map. Ich bin auf der Map. Tja, damit hat Luis wohl nicht gerechnet. Oh, jetzt bin ich wieder drin. Oh, schade. Ich dachte, du bist jetzt out of Map und... Weißt du, dieses Klaus ist nichts zum Werfen. Das geht. Du hast es in den Müll einmal geworfen. Ich brauche Skittles. Oh, das sind meine Skittles. Ich bin schon wieder out of Map. Ich glaube, irgendwas funktioniert mit dem Spiel nicht ganz. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Oh. Hey, Luis. Ja, es ist schwer, den Avatar zu bearbeiten, wenn man immer eine Stunde auf jeden Change warten muss. So ein Nachmacher-Outfit. Komm her. Weißt du, mein Noob ist im Gegensatz zu deinem Alien halt stark. Nein. Komm heran. Please. Bewegen sich deine Beine so hoch. Als würdest du irgendwie laufen. Ihr seid aber mit den Füßen festgebunden. Okay. Mousehole. Enter. Hä, wo bin ich? Warum bin ich hier? Bin hier gut versteckt. Lass mich da hoch. Hier bin ich gut versteckt. Hä, was ist das? Der glitscht hier. Ich meine, es ist ein gutes Versteck für mich, denke ich. Hier würde er mich nicht erwarten. Oder? Please? Please? Ja, ich erwarte dich da. Du bist aber nicht der Riese. Du findest mich eh nicht. Wo bist du, hä? Du, hä? Hey, du findest mich nicht. Oh, warte. Was ist, wenn der Riese das Ding vor meiner Nase wegnimmt? Ähm. Nein, du. Ist der Riese gerade... Also, ich dachte, der ist gestorben. Er wird das Ding vor unserer Nase wegnehmen und uns dann damit zermatschen. Aber bis dahin haben wir Spaß. Aber ich kann kein... Doch, ich kann Emotes machen. Gut. Hey, Riese. Hallo. Hier sind wir. Oh mein Gott, Anton. Kann man auch selber Emotes machen? Äh, leider nicht. Mist, sonst könnte man einen vergraben Emote machen. Lass man dann so unter die Erde... Oh, oh, oh. Also, es gibt... Gab schon die ersten... Oh, oh. Spieler gemachten Emotes. Ich hab's fast ins Mausloch geschafft. Du hast es reingeschafft, oder? Ja, natürlich. Obferino. Du nennst mich Obferino. Drei wins und du hast nur einen win. Nein. Aber du hast recht, ich hatte Hilfe von meinem grünen Kollegen. Äh, deswegen trägt er dich rum. Das ist der neue Rollstuhl. Ähm, ich hab schon wieder die Map nicht gevotet. Schnell, schnell, schnell. Anziehen. Ja, okay. Mein Outfit ist vorbereitet, Louis. Oh, was ist das hier? Da war eben was. Ich hätte hier irgendwo hingehen können. Ach, egal. Wir gehen einfach in das Bücherregal. Ich bin gestern. Ich bin nur ein Buch. Ich bin ein Buch. Keiner sieht mich. Du bist jetzt schon gestorben? Ja. Peinlich. Würde mir nie passieren. Guck mal. Wie viele Windsor hast du? Der wird mich gar nicht sehen. Äh, alle? Nein, nicht treten. Nicht treten. Nicht. Ja, mir konnte nichts passieren, weil ich bin ein Buch. Was willst du tun? Oh nein, die steht in mir drin. Warum stehst du in mir drin? Geh da raus. Geh aus mir raus. Die hat sich einfach in mir versteckt. Wenn der Riese dumm gewesen wäre, dann... Oh Gott. Wenn der Riese nicht so dumm gewesen wäre, dann hätte er uns jetzt beide geholt. Oh, du wärst schuld. Äh, warum bin ich hier? Ich wurde zurück in die Map gespawnt. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Und ich bin tot. Ey, das ist so unfair. Ich hab's gerade ins Regal geschafft. Ich war gerade safe und dann werde ich einfach in die Mitte der Map gespawnt. Musst du gerade sagen. Du kannst ja nicht mal selber laufen. Wie viele Winds hast du, hä? Alle. Ich hab alle Winds. Und du wirst dich nicht mit mir anlegen, wenn du meine neue Form gesehen hast. Na los, Steve. Schaffen mir das Ding aus den Augen. Weißt du was, Steve? Ich wette, er bezahlt dich nicht mal richtig. Warum tust du das überhaupt? Ja, er wird dich auf dich hören. Er ist taub. Siehst du nicht? Er hat keine Ohren. Oh. Ah. Er hat keine Ohren. Wo gesehen? Er hat mich wieder sehr gut verstecken. Und vor allem verkleiden. Obwohl, ich hab ne 48er Riesenchance. Und ich bin immer noch nicht der Riese. Es ist Merz. Ah, Merz. Oh Gott, was ist das für eine Map? Ich meine, easy. Ja, wo ist denn der? Ich hab keine Ahnung. Aber ich stehe hier einfach. Weil ich passe so gut in die Szene rein. Ich bin einfach nur eine Spielfigur. Und der Riese ist nicht da. Und da steht nicht nur ein Giant Mert. Da steht auch 001. Ja, 001. Kann es sein, dass Mert verlassen hat? Nee, er hat nicht verlassen. Ich glaube, er ist out of the Map. Was sagst du? Ja. Ja. Das macht mich wütend. Gut, dann haben wir Zeit, um uns zu verstecken. Auf ewig. Nein, das wird bestimmt weitergehen. Meinst du, es gibt hier ein super gutes Versteck für mich? Oh, da hinten neben dem Bauklotz. Da will ich stehen. Bitte, reset you. Ja, Mert, resette dich einfach. Damit es endlich losgehen kann. So. Warte. So bin ich gut versteckt. Ich sehe so aus, als ob ich hier hingehöre. Nicht so wie du mit deinem grünen Alien. Und du stehst überall heraus. Ja, und du wirst es dann niemals hochschaffen, weil du nicht so gelenkig bist wie ich. Und weil du nicht laufen kannst. Aber Mert will sich auch nicht resetten. Er hat einfach keine Lust, auf dich immer hinter mir zu verstecken. Das sehe ich. Was tust du da, hä? Hör auf damit. Hör auf damit. Los, Steve, verdreschi. Jetzt legt er mich sauber verprügelt, diese. Mich verdreschen, wenn ich dich zerstampfen kann. Gut, als ist nichts passiert. Ja, irgendwie nicht. Vergiss es. Aber irgendwann werde ich dich zermalmen. Also, wenn Mert sich mal resetten würde, vielleicht. Aber irgendwie passiert nichts. Tja, meine Freunde, das war's und ciao. Ja, dann war's das wohl mit dem Video. Mert will sich nicht resetten. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Abonniert auch gerne Dillendusk. Der macht jetzt wieder Videos auf seinem Kanal. Bis dann und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.